Hallo, hier ist der PSOCKER Freizeitgestalter. Ich wollte mich noch mal wünschen, es ist hier die PSOCKER Freizeitgestalter Community Gruppe für WhatsApp. Ihr könnt alle in die Gruppe beitreten, würde ich mich freuen. Würde mich freuen, dass ihr in die Gruppe beitreten könnt. Den Link habe ich in die Videobeschreibung geschrieben und ja, würde mich freuen, dass ihr in die Gruppenbeschreibung gehen könnt, um euch auszutauschen über mich und so und miteinander und füreinander und so. Würde mich freuen, wenn sie in die Gruppe betreten würdet. Es ist kein Muss, aber wer will, kann in die Gruppe rein. In die PSOCKER Freizeitgestalter Community Gruppe. Das ist ja die Community Gruppe halt für alles halt gedacht. Ihr könnt da zum Beispiel Video Vorschläge geben, was soll ich noch machen für Videos und wie ich meinen YouTube Kanal verbessern kann und so. Ihr könnt einfach alle da rein und einfach mir eine Einladung senden und dann könnt ihr selber beitreten. Ich nehme alle Einladungen an. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand dann auch in die Gruppe dann betreten würde. Und ja, abonniert meinen Kanal weiterhin fleißig. Schreibt Kommentare, was ich noch machen kann in YouTube bitte. und lasst ein Like da. Ich habe 72 Abonnenten. Ich würde mich freuen, wenn mehr Abonnenten kommen würden. Also, ich bin jetzt dann bei 80 und ich wünsche mir dieses Jahr noch auf die 100 zu kommen. Danke für den Support und ich würde mich freuen, wenn Sie mich weiterhin abonnieren würden, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich würde mich freuen, dass Sie auf Wiedersehen, euer Pistacher-Fallzeitgestalter. Tschau.